Ich war letztens auf Familienfeier und hab so den Teller meiner Oma abgewaschen und ich guck so auf die Rückseite und ich sehe so ein Hakenkreuz. Auf den Teller, nicht auf meiner Oma. Ich nehm so den Teller, ich geh so zu meiner Oma, ich sag, Oma, was ist das? Sie guckt sich so den Teller an und sagt so, pack das gute Geschirr weg, Junge. Ich hab auf Familienfeier rausgefunden, dass mein Uropa bei der SS war. Ich denk mir, warum redet darüber keiner? Als ob so ein schwarzes Kind die ganze Familiengeschichte reinigt. Wenn ich das so, ja, ist passiert, aber... Wenn ich das so, take one, give one, wir sind quitt. Das gleicht sich aus.